Und sobald ich die Zahl 3 ausgesprochen habe, erklingt hier im Raum E-Gitarrenmusik. Und sobald die E-Gitarrenmusik erklingt, bist du der festen Überzeugung, du bist der oder die beste E-Gitarristin der Welt. Und wir sind hier heute in Midweida bei den E-Gitarren-Weltmeisterschaften. Und du kannst heute die Weltmeisterschaften gewinnen. Das heißt, sobald die Musik ertönt, greifst du mit geschlossenen Augen nach deinem Instrument. Und du spielst, wie du noch nie zuvor in deinem Leben gespielt hast. Das ist das Konzert deines Lebens. Du setzt ein Lächeln ins Gesicht und du gibst alles. Also, ich zähle von 1 bis 3. Mit jeder Zahl setzt du dich gerade hin, ertönt die Musik, die wir dann gleich hier richtig schön laut machen, greifst du nach deinem Instrument und spielst, wie du noch nie zuvor in deinem Leben gespielt hast. 1, du setzt dich mit geschlossenen Augen immer gerader und gerader hin. 2, immer gerader und gerader. Die Augen bleiben festgeschlossen. 3, du setzt dich ganz gerade hin, ertönt die Musik, greifst du nach deinem Instrument. Und jetzt, wir machen die Musik mal ein bisschen lauter und du greifst mit geschlossenen Augen nach einer E-Gitarre und du spielst. Das ist das Konzert deines Lebens. Genau, beruhig dich an der Schulter, hast du ein Solo. Du gibst alles. Ja, du bist der oder die Beste. Jawohl, du gibst alles. Du fühlst dich völlig wohl. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Sehr gut. Und du fühlst dich völlig wohl. Hier, Ernebüschteuheimer. Ja, sehr gut. Du darfst einmal zurück ins Publikum. Danke, dass du nach vorne gekommen bist. Jawohl, sehr schön machst du das. Gib alles. Du darfst einmal zurück ins Publikum. Danke, dass du dich nach vorne getraut hast. Sehr schön. Tipp ich dir an die Stirn, kannst du einmal die Augen öffnen. Bist du wach? Einmal die Augen aufschauen. Hey, komm mal einmal mit, da ist ein Platz auf der Bühne für dich frei geworden. Wahnsinn. Einmal hinsetzen. Guck mal, er spielt richtig. Du kannst die Gitarre auch seitenverkehrt spielen. Spiel die Gitarre mal seitenverkehrt. Genau. Du darfst auch einmal dich daneben hinsetzen. Wunderbar. Sehr schön. Du darfst einmal zurück ins Publikum. Beruhig dich an die Stirn, kannst die Augen öffnen. Hey, ihr beiden dürft auch einmal zurück auf eure Plätze. Danke, dass ihr nach vorne gekommen seid. Wunderbar. Er spielt die Gitarre wirklich verkehrt herum. Und was macht er? Ist das Trommel? Okay, wir lassen das so stehen. Und schlaf. 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 Schlaf, tief und fest. Fühl dich völlig wohl. Schlaf, tief und fest. Schlaf, tief und fest. Ja, du spielst immer weiter. Schlaf, tief und fest. Schlaf, tief und fest. Er hat den Move. Schlaf, tief und fest. Genau. Tipp ich dir an die Stirn, öffnest du die Augen. Du hast keine Ahnung, was du da gerade machst. Hey. Was machst du denn da? Okay, warte mal kurz. Ich erkläre dir noch mal kurz das Konzept. Wir sind hier bei die unfassbaren Ben David und Christo. Du hast gerade gespielt. Pro sieben, wer stiehlt mir die Show? Kennst du nicht? Okay, besser ist das. Muss man sich auch nicht angucken. Jetzt mal unter uns. Da ist ein Mikrofon. Das brauchen wir einmal. Ich gucke mich einmal noch um die drei Herren. Das sind ja auch ihr Talente. Schlaf. Er spielt sogar immer noch. Guck mal. Schlaf. Schlaf. Ach, du fällst nicht um. Oh, wir werden noch viel Spaß haben. So, jetzt mal unter uns. Glaubst du, dass Hypnose bei dir funktioniert? Definitiv, ja. Definitiv, ja. Und jetzt auch ganz ehrliche Antwort. Glaubst du, dass du jetzt in diesem Moment unter Hypnose bist? Ach, ich nehme uns. Ja oder nein? Ich sage jetzt ja. Du sagst ja. Ist richtig. Schlaf. Tief und fest. Einen Applaus für unser Orchestermusiker. Wow. Tipp ich dir an die Stirn. Kannst auch du die Augenarme öffnen. Hey, du darfst auch einmal zurück auf deinen Platz. Aber Riesendank, dass du nach vorne gekommen bist.